Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herdöpfel gehören bei uns immer noch zu den wichtigsten und beliebtesten Grundnahrungsmitteln. Jeden Schweizer isst pro Jahr fast 50 Kilo und es gibt über 150 verschiedene Herdöpfelrezepte. Aber nicht jede Herdöpfelsorte eignet sich gleich gut für jede Zubereitung. Die Sirtema zum Beispiel bleibt schön fest beim Kochen, wie auch Nicola, und ist darum besonders günstig für geschwellte Salate oder Salzherdöpfel. Die Ostara lässt sich gut frittieren und die Rotschalig Urgenta ist ein bevorzugter Röstiherdöpfel. Das ist eine ganz so bekannte Sorte, nämlich die Binti, die man gut lagern kann und die sich für alles eignet. Ebenfalls für alle Zubereitungsarten ist die Palma, die im Herbst auf den Markt kommt. Mindestens zwei bis drei Sorten sind bei GOP je nach Jahreszeit immer erhältlich. Und aus diesem vielfältigen Angebot gibt es dann eben die verschiedenen feinen, lustigen Gerichte. Herdöpfel sind nicht nur etwas Gutes, sondern sie sind auch sehr wertvoll für unsere Ernährung. In einer ausgewogenen Zusammensetzung sind Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und besonders wertvolle Eiweisse enthalten. Und zum Schluss noch etwas über die Lagerung. Die Meisterkeller sind ja heute zu warm und zu trocken und darum wären auch nicht mehr so viele Herdöpfel drin gelagert. Die modernen Lagerhäuser sind hier besser geeignet und sie haben ja die Gelegenheit, bei diesen praktischen Tragtaschen die Herdöpfel in einer erstgewassigen Qualität das ganze Jahr hindurch heiztragen. Für eine gute Zahn- und Mundhygiene finden Sie bei GOP ein grosses Angebot von bekannten und bewährten Markenprodukten. Colgate Fluor und Mineral, es gibt es auch als Schäl, Blendax Antiplug, Beldent Fluor und Dentalux Zahnbürste, Odolmund Wasser oder Act, die neuartige Fluor-Zahnspülung. Die neuen Prospekte für faszinierende Reiseziele können Sie mit dem Gucci aus der neuen GoP-Zeitung dieser Woche bei Popularis bestellen. Zum Beispiel Schneeferien in bekannte oder weniger bekannte Orte, Non-Stop-Flugreisen auf die Kanarischen Inseln oder komfortable Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Und jetzt kommen wir zum Menüvorschlag aus der Studienküche. Also, lassen wir uns überraschen. Für heute empfiehlt uns der GOP-Metzger ein feines Wildgericht. Rehgeschnetzels mit Beeren. Die Beeren haben wir geschält, halbiert und das Kerngehäuse rausgenommen. Wenn Sie ein bisschen Zitronensaft drauf träufeln, dann bleiben die Beeren ganz schön weiss. In einer flachen Pfanne im Zuckerwasser die Beeren knapp weich kochen, aber vorsichtig, dass sie nicht auseinanderfallen. Im heissen Anken eine gehackte Schalotte und das Fleisch gut und schnell anbröbeln. Wüssen. Und zwei, drei Minuten weiterbröbeln. Dann auf einem vorgewärmten Dallach anrichten. Wir garnieren mit Beeren und Preiselbeeren und servieren Spätzchen dazu. Das Rezept finden Sie in der GOP-Zeitung von dieser Woche. Einen guten. Ja, das wäre doch etwas für nächsten Sonntag. Danke, dass Sie für uns Zeit gehalten. Gerade anschließend zeigen wir Ihnen jetzt noch, was es bei GOP von morgen an wieder für Sonderangebot gibt. Zum Anfangen die aktuellen Preisschläger. Bei GOP gibt es Unterwäsche und Nachtwäsche zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel Herrenslip Avela Man für nur 5,90 €. Darmenslip Avela Lady mit Spitzenmotiv für nur 3,90 €. Klein- und Kinder-Pyjamas für 12 bis 21 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP. Alle Reissorten im 1 Kilo und 900 Gramm Pack jetzt 40 Krabben günstiger. Zwei paar Landjäger für nur 2,60 €. GOP-Fleisch-Basteten, Delikatesse, Kalffleisch oder Schinken. Drei Dosen nach Wahl statt 4,5 € nur 3 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel-Tedimat statt 12,50 € nur 9,90 €. Gewäbverrädler Quanto-Konzentrat statt 4,80 € nur 3,70 €. Uwe Italia-Traube 1 Kilo nur 1,70 €. Und 4 Kilo nur 6,40 €. Auf Wiedersehen!